ui 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 okay wir spielen weiter ich weiß nicht was mich erwartet ich hoffe mal eine andere waffe aber man kann es ja nicht zu viel aber waffe 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 es ist eine pistola okay es ist keine shotgun aber es ist eine waffe es ist mit kreis ich schieße mit kreis ich wechsle zwischen regen und waffe und das geht wenig stil wenig seelen habe ich gerade meine seelen verschlossen ah verdammt ja ja nur beim waffentesten habe ich gerade meine seelen verschlossen okay ich behalte das ding mal vielleicht ist es ja one shot kill zumindest so wirkt sie nicht sehr beeindruckend ist ein bisschen zu viel im weg ich habe mir doch wo ist der ausgang ich werde sie töten ich werde dann zurückkommen zum speedrun wahrscheinlich zum leben holen das leben brauche ich jetzt weil ich hier rumgerennt bin nein ah verdammt der fliegende ich brauche ich den 90 prozent weniger fliegende gegner wo ist der raketenwerfer wo ist der raketenwerfer ich zeige mir den raketenwerfer wo ist der raketenwerfer wo ist der raketenwerfer das war ein raketenwerfer gesagt wo ist der raketenwerfer wo ist der kalterwerf hab ich das gang um die waffen zu testen kreis ist so ungewohnt Nein, keine Moni drin. Habe ich gerade geschossen. Ja. Es ist warm, schaut alles. Es wirkt so lächerlich. Der Kreis ist nicht angenehm zum Schießen. Okay, vielleicht ist das Ding gut gegen die Fliegenden. Die Werte ist so riesig. Und ich bin so schlecht beim Waffen finden. Und beim Raketenwerfer schießen. Ja. Das ist der nächste Verkurser. Das selbst die Pistole an nichts macht. Ich habe die pflegenden Kugeln. Er passt nicht auf die Tür. Er passt nicht auf die Tür. Ich lasse das Geräusch. Dank. Ich kann doch nicht um die Ecke, das ist das Problem. Ich kann den Dippen einfach nicht anschießen. Jetzt. Mit meiner Piu-Piu-Piu-Pistole. Ungeheurem zu doen. Doppelbohr ist nicht zu laut. 6 krieg ich ja doch so dumm super cool aufgaben ich kann mir nicht rein was heißt 40 40 runes gains brauche ich ich weiß gar nicht wo es steht bei mir was haben wir im boss fight da oder was verdammt was trinken ich wundere nicht wollen wir was trinken das ist ein turret Nice and cool here. No. Bye. Bye. Ich will da nicht rein. Der schießt schon in meine Richtung. Nehme ich überhaupt auf? 4. 10 Minuten, 8 Minuten. Oh, verdammt. Ich kann vorbei rennen. Ich kann vorbei rennen. Speedrunning Level, oder? Ja, deutlich. Oh, die kommen, oder? Schön. Oh, das ist doch eine Falle. Das ist doch eine Falle. Ich weiß doch gar nicht, wie man springt. Ich schätze, das bringt mich in den gleichen Raum. Okay. Wollen wir uns das Leben. Ich bin gekommen. Oh, die Ameisen. Oh, die Ameisen. Dann, die man aufs Outrider scannt auch. Dann, die Ameisen. Da rennt er weg. Oh, sie spawnen hinter mir wieder. Ach du, okay, cool. Ich schüsse schon auf alles, was sich nicht bewegt, auch nicht. Vielleicht kommen wir doch hier rauf, oder? Ich hasse Parcours, ich hasse Parcours, ist schon wieder nicht erwischt, das gibt es ja nicht. Wie schaffe ich das? Okay, doch, hier gibt es so viele Räume. Also, ich habe nicht erwischt, das ist aber nicht erwischt, das ist ja nicht. Wo rennen die denn alle hin? Wo renn ich eigentlich hin? Ah ja. Ok, cool, cool, cool. Oh, Gott. Meeee, meeee. Wollen wir keinen Raum haben, zur rechten Seite. Das schweimt, das schweimt, oh, Gott, dieser Raum. Naja, ich kämpfe die Tür. Das ist geil, ob ich den treffe. Ha! Frist das. Bleib im Beutel. Okay, den hab ich getan. Dankpistola. Ich hab ne Ahnung, ob ich treffe mit der oder nicht. Wenn irgendwo doch ne coole Waffe wäre. In der Armbrust, die ich irgendwo übersehen habe. Okay, nicht der Raum. Oh, ich kenn mich da nicht aus. Ich geh jetzt mit offen nichts durch. Vier Part sehen und ich kenne mich noch immer nachher nicht aus. Bäh. Habe ich da durchgeschossen. Zwischendurch will ich einfach nur durchlaufen. Okay, rückzug wieder. Ich glaub, das geht bei diesen Raum nicht. Ich hab keinen anglöscher dem Mons. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Ich hab keinen Angst. Ich hab keine Angst. Der Schlaf ist geflogen. Ich hab keine Angst. Nichts cooles hier, und eben, das ist hinter mir gespawnt, spielt auch nur eine Armbrust oder eine Schrotkram, das ist auch nicht wählerisch, Sniper geht auch. Oh, diese verdammten Bostade, Gott, ich hasse sie, okay, bereit machen zur Mission durchrennen. Oh, das ist nicht cool, das ist noch weniger cool. Mission durchrennen, vielleicht ein Vorherfolg. Nein. Gar nicht, gar keine Vorher, gar keine Vorher. Oh, das steht noch einer. Und trotzdem gehen mir die Fliegen in den Mermessen und zack. Mach immer nicht. Aufmachen bitte. Das hängt dann unsichtbarer. Okay, die nächste Tür, wo ich nicht rein kann. Wow. Oh. Ich hopf runter. Schneller weg zurück. Keine Ahnung, eine Wohnung gibt's. Vier Stück. Stimmt das? Kann das sein? Das ist extrem wenig, wenn das stimmt. Ah, ich bin lost. Lava Schaden genommen. Ich weiß gar nicht, ob ich... Doch, da war ich schon. Das kann anfangen. Verdammt. 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 Ein Geschützturm. Ein Geschützturm. Und schreienden Typen. Guck mal. Ehhh. Oben von der Tür. Noch eine Rune. Ehhh. Ehhhhhh. Oben von der Tür. was tut Das schießt mich an. Ja, fast, also. Nein. Nicht cool. Apropos nicht cool. Das ist besser. Ah. Ich bin so verloren. Ich bin so verloren da drin. Das ist der verdammte Raum. Hier können wir rein. Da ist noch eine Rune. So. Ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich null aus. Das Spiel ist so random. Das Spiel ist so random. Das ist krass. Dämonen entdeckt. Was ist der dumm? Ich höre ihn noch einmal lachen. Ich höre ihn noch einmal lachen. Das war ein ganzes Mikk. Das ist nicht richtig, ganzer. Ich habe einen Lachen. Ich kann mich nicht sagen, dass er die nehmen, dann. Oh man, leben. Oh, das ist Lachen. Das ist Lachen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hier wischt man nichts, schaut euch das jetzt hier an. Verdammte Dinger. Oh, diegenden Halt nass. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Oh, pisto. There we go. No. Hm, hm. 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 It's been going now here. So. Hm, 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 hm. Was hab ich? Ich hasse euch. Ach, noch mehr schreiende Dinger. Das ist genau was wir gebraucht haben. Genau was der Doktor bestellt hat. Bäh, weg da. Weg da. Weg da. Was da? Was da? Was da? Verdammt. Ich kenn mich null aus. Ich kenn mich null aus. Ich kenn mich null aus. Oh. Es kommt mir vor, es wird's einfach ewig lang weitergehen ohne Endziel. Okay. Okay, okay. Ich mach diesen Raum noch. Jetzt schaut noch ein Spezialraum aus. Oh. 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 Ah, es kommt nicht vorbei. Okay, okay, okay. Oh! Gab es hier drinnen noch was? Was schießt denn da die ganze Zeit? Oh, geschwitz dumm. Ach du, Mist. Ich bin gerade blind durch den Dungeon. Perfekt, hey, Glitchspot. Oh, no, doch nicht. Ich bin gerade blind durch den Dungeon. Nein, na, verdammt, das wollte ich gar nicht. Wo bin ich? Wo zum Teufel bin ich? Nur einen schnellen Dungeon habe ich gesagt. Ich bin schon verloren. Okay, da kommt mir viel entgegen. Hm. Da kommt mir geschützt um. Was zum Teufel. Du Ding. Kommt um die Ecke. Kommt das Ding. Oh, da drinnen ist ein gefährliches Schütztum. Diese verdammten Dinger. Reicht das schon mal? Jetzt haben wir mir bekannt vorzukommen. Ich habe auch wieder mein Gesicht. Was zum Teufel. Wo bin ich? Okay. Okay. Ich mache eine Pause. 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 Hm. Pause.